Also, das Spiel war gut, wir haben gut gestartet, wir sind motiviert in die Partie gegangen, haben das gemacht, was wir uns vorgenommen, haben tief gestanden, auf Konter gelauert, relativ schnell 2-0 geführt, dann müssen wir eigentlich das 3-0 machen, dann ist das Spiel vorbei, haben wir nicht gemacht, Robin dann an die Latte geschossen, gut passiert, das sind so Dinge, und dann relativ schnell zwei Tore kassiert, in der Halbzeit haben wir dann auf eine 3-Kette mit zwei defensiven Außen noch gestellt, und haben somit versucht, das Spiel, was sie sehr in die Breite gezogen haben, dann so ein bisschen einzuschränken, das haben wir sehr gut gemacht, und der Gegner hatte, glaube ich, in der zweiten Halbzeit viele hohe Bälle, aber richtige Torchancen nicht wirklich, 1-2 vielleicht, aber wir haben das super gemacht, wir haben sehr gut gekontert dann aus der Situation heraus, müssen sogar noch ein oder zwei Tore mehr machen, machen es nicht, aber nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall super, mit so einem Ergebnis ging, die Tabellenführer dann je nur noch abzuschließen, ein krönender Abschluss von einer super Serie, und ich habe die Musik ganz stolz sein, ja? Dankeschön! Danke auch! Ciao, mach's gut!